Musik Schauen wir uns doch David Finchers neuesten Thriller an, der heißt Gun Girl, das perfekte Opfer Musik Gun Girl, das perfekte Opfer geht ca. 149 Minuten ist aus dem Jahr 2014 und ab 16 Jahren freigegeben und ist vom Kultregisseur bzw. einer der bekannteren Regisseure, nämlich David Finchern. Er erzählt die Geschichte eines New Yorker Journalisten, der sich mit seiner reichen Frau zurück in ein kleines Dorf nach Missouri zieht. Doch dort verschwindet diese und er wird des Mordes beschuldigt. Und warum im Grunde genommen genau am 5. Hochzeitstag verschwindet sie spurlos und der Mann wird im Grunde genommen von der Polizei beschuldigt, bzw. am Anfang noch nicht. Doch irgendwie hat dieser Mann nicht unbedingt den gewissen Trauerfaktor, den man eigentlich hat, und seine Frau verschwindet und auch er hat ein kleines Geheimnis. Und das Ganze entwickelt sich irgendwie so ein Mischung zwischen Thriller, Mystery und Drama einschlägen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wer David Fincher mag, und mehr kann ich zur Story nicht sagen, sonst wäre alles gespoilert, wer David Fincher mag. Und ich glaube auch, jeder hat schon mal einer seiner Filme gesehen. Ja, jetzt würde ich sagen, wer was für Filme hat denn der jetzt so gemacht? Ja, wenn man den Film 7 kennt, mit Brad Pitt und Mark Freeman, wenn man Fight Club kennt, mit Edward Norton und Brad Pitt, oder zum Beispiel The Game mit Michael Douglas und Sean Penn, wo ich sagen muss, The Game ist einer meiner Lieblingsfilme überhaupt, dann hat man bei Gun Girl wieder dieses typische David Fincher-Feeling, denn David Fincher macht nicht nur jetzt die typischen Thriller, die man sonst so kennt, sondern mehr so mit Mystery-Touch, und das gefällt mir natürlich sehr gut. Und ich mag The Game, und ich mag Sieben, und ich mag auch Fight Club, und auch Gun Girl ist wieder einer so, man sagt, ja, da hat wirklich wieder David Fincher bewiesen, dass er es wirklich noch immer drauf hat, und immer noch seinen Stil noch immer machen kann, ohne dass er jetzt da irgendwie das Gleiche immer macht. Denn man hat ja Rosamund Pike als, unter Anführungszeichen, die verschwundene Frau, und das Opfer der Journalist, der Mann, wird gespielt von Ben Affleck. Und man hat immer das Gefühl, bei den meisten Thriller-Filmen, dass man sagen muss, okay, 149 Minuten ist schon ziemlich lang, oder? Ganz ehrlich gesagt, für einen Thriller. Doch bei diesem Film ist es ganz anders, denn im Grunde genommen ist er von Anfang bis zum Ende spannend, spannend, spannend. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe für den Film in meinen Bekanntenkreisen viel Gutes gehört, und da habe ich mich relativ spät darauf eingelassen, wenn ich ganz ehrlich bin, nämlich erst vor kurzem. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Film hat wirklich das, was ich eigentlich sehen wollte, nämlich im typischen David Fincher-Style. Und es gibt nicht viel zu bemängeln. Vielleicht, dass er doch vielleicht eine Ecke zu lang ist und vielleicht für 10, 15 Minuten. Aber im Grunde genommen erzählte wirklich, ohne irgendwelche extremen Längen zu haben, die Geschichte von Anfang bis zum Ende. Und wir haben hier auch eine kleine Nebenrolle, nämlich Barney. Jeder kennt ihn aus How I Met Your Mother. Da spielt er zwar nicht Barney, aber ich glaube, er heißt John Patrick. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß jetzt seinen Namen nicht, aber jeder kennt ihn aus How I Met Your Mother. Denn Barney, denn der hat hier eine kleine Nebenrolle. Und ist ziemlich ungewohnt, denn man kennt ihn ja sonst immer als lustigen und spaßigen Typen. Doch hier spielt er einen Thriller. Und das muss man auch mal gesehen haben, macht das im Grunde genommen gar nicht so schlecht. Auch Osmond Pike und Ben Affleck sind hier wirklich in Top-Form. Und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr begeistert von den Filmen. Wer Gang-Girl noch nicht gesehen hat, wer David Fincher mag oder wer Ben Affleck mag oder wer Thriller generell mag in einem bisschen anderem Stil, denn David Fincher, wie gesagt, ist nicht der typische Mann, der jetzt da diese typischen, gängigen Thriller macht, sondern mit einem gewissen Extra, der kann sich Gang-Girl ganz sicher und beruhigt anschauen. Und von mir bekommt Gang-Girl in Genre Thriller mit Mystery-Drama-Touch. Denn im Grunde genommen ist das zwar kein Mystery-Thriller, aber man hat ihn zum Beispiel so wie bei The Game irgendwie so einen kleinen Mystery-Touch und das gefällt mir natürlich, mir persönlich, sehr gut. Und bekommt von mir im Genre als Thriller 8,5 von 10 möglichen Punkten und auch insgesamt 8,5. Ich bin wirklich sehr begeistert. Vielleicht 10, 15 Minuten weniger, aber das ist im Grunde genommen keine große Schande und wirklich ein Respekt von diesem Film, denn wirklich, ich habe nicht gedacht, dass es wirklich so gut wird. Dann habt ihr den Film gesehen oder werdet ihr euch einen kaufen, dann schreibt es mir in die Kommentare, Trailer, DVD und Blu-ray-Link findet ihr ebenfalls in der Infobox. Und hier oben seht ihr jetzt ein I zu weiteren Reviews von mir im Bereich Thriller und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüssi, baba.